Musik Kennen Sie diesen Song der Beatles, 1967 erschienen auf der Platte, Sgt. Pepper's Lonely Heart Clubs Band? Oder kennen Sie das Album Every Road mit Here Comes the Sun? Oder das rote Album, da ist der Titel Yesterday. Und was hat das alles zu tun mit Kapitalmarktprognosen 2013? Herzlich willkommen zum Börsenplatz 5, dem Finanztalk, meine Damen und Herren. Sehr viel, wenn diese Prognosen von Frau Dr. Gertrud Traut kommen, und das ist die Chefvolkswirtin der Hessen-Thüringischen Landesbank, der Helebar, und bei ihr ist es ja Tradition, kann man schon sagen, dass sie einen Ausblick immer mit einer ganz besonderen Note macht. Also so war es 2011 Schokolade, 2012 war es der gordische Knoten, der gelöst werden musste, und eben jetzt sind es die Songs der Beatles. So, Frau Dr. Traut, jetzt müssen Sie nicht singen, aber Sie müssen uns erklären, wie Sie auf die Beatles gekommen sind. Es ist aktuell, aber auch im kommenden Jahr, ein Jubiläumsjahr für die Beatles. Denn 1962 haben die Beatles ihre ersten Singles veröffentlicht, und 1963 kamen sie mit ihrem ersten Album. Und heute sind sie im Prinzip so etwas wie die Messlatte der Rock- und Popmusik. Aber damals waren sie für viele beängstigend und erschreckend. Ihr Aussehen, auch ihr Habitus, war schon für die damalige Zeit eher eine kleine Katastrophe. Und entsprechend hat mich das erinnert an die Zeit heute. Alle reden von der sogenannten Euro-Krise, alle haben Angst. Aber wenn man sich erinnert, die Beatles haben schon 65 den Orden von der Queen bekommen, Member of the British Empire. Also das, was viele Jahre Angst gemacht hat, wurde plötzlich dann zu einem Kult oder auch einer Messlatte für die Welt. Und jetzt stelle ich mir die Frage, ob das, was uns aktuell Angst macht, nämlich die Situation in der Eurozone, vielleicht irgendwann in ein paar Jahren die Messlatte für die Welt werden könnte. Und Herr Draghi bekommt einen Orden. Nicht von der Queen, weil die sind ja nicht bei der Währungsunion dabei, aber vielleicht von der Kanzlerin. Also, wirkt nochmal schnell aufs Jahr 1012 zurück. Da war ja auch Hilfe von Noten. Und Sie haben gesagt, es muss jemanden geben, der den gordischen Noten lösen kann. Hat Herr Draghi ihn gelöst? Also die beiden Enden, die gefunden werden mussten, das war Erreichen von Wettbewerbsfähigkeit und Zurückführen der Staatsverschuldung. Da beides sehr viel Zeit kostet und es nicht von alleine geht, hat Draghi schon angefangen, an dieser Suche mitzuhelfen. Also auch im letzten oder im laufenden Jahr war er schon aktiv. Gut. Ob der gordische Knoten schon ganz gelöst ist, kann man das schon sagen? Oder zumindest wird die Arbeit noch ein bisschen weitergehen? Also Draghi wird daran noch weiterarbeiten. Aber wir sehen zumindest Hoffnung, dass er sich lösen kann. Aber er ist der Freund, kann man schon ganz klar sagen, with a little help of my friends. Also wir blicken eben jetzt auf das neue Szenario und da kriegen wir ja Hilfe. Nämlich von Draghi und Co., von den Notenbanken. Das sehen wir auf der Grafik hier, wie diese Hilfe aussieht. Die ist deutlich geworden eben an den Bilanzen der Notenbanken. Da geht es ja kräftig nach oben. So, da stellt sich jetzt die Frage, ist das wirklich eine Hilfe? Manche behaupten ja, das sei nichts anderes als das Vorspiel zum Untergang. Also die Notenbanken sind dabei, die Situation zu entschärfen. Also ohne Notenbankpolitik geht es nicht. Und wir haben in der Grafik auch gesehen, die Bank of Japan war auch aufgezeichnet. Aber es sah so aus, als ob sie sehr wenig machen würde. Wenn wir das zurückgehen in die Jahre 1990 fortfolgende, als die Krise in Japan war, da wurde die Geldpolitik viel zu spät eingesetzt, um Hilfestellungen zu liefern. Das machen die anderen Notenbanken jetzt besser, früher. Es gibt keine Garantie. Also wir haben auch ein Szenario, in dem es nicht aufgeht. Aber in unserem Hauptszenario sind die Notenbanken in den Industrieländern mit ihren unkonventionellen Maßnahmen hilfreich. Und sie sind die hilfreichen Freunde, um aus der Krise rauszukommen. Also Little Help ist dann ein bisschen ein Understatement. Das ist schon Big Help sozusagen. Und wir müssen natürlich gucken, wie jetzt die Konjunkturdaten sich 2013 entwickeln. Es gibt ja durchaus Hinweise, dass wir in Deutschland denn doch in die rezessive Phase mit hinein rutschen, durch die Südländer. Und das zeigt uns wiederum die nächste Grafik. Da sehen Sie Hoffnungsschimmer, dem Sie die Einkaufsmanager für Deutschland aufgezeigt haben. Also kriegen wir doch so etwas wie eine Erholung im Jahre 2013, und zwar möglichst früh? Also wir denken, dass die konjunkturelle Abkühlung etwas ist, was der Vergangenheit angehört. Wenn wir jetzt nach vorne blicken, sehen wir die ersten Konjunkturerholungszeichen. Und die kommen von der Weltwirtschaft. Wir sehen einen klassischen konjunkturellen Aufschwung. Die Euro-Problematik ist ein Seitenschauplatz. Aber die konjunkturelle Vorgabe, die kommt immer von der Weltwirtschaft. Und die Weltwirtschaft hat sich abgekühlt, weil mit zeitlichem Vorlauf die Notenbanken vor über einem Jahr die Zinsen erhöht hatten. Mittlerweile sind die Zinsen in diesen Ländern wieder gesenkt worden, also auch gerade in den Schwellenländern. Gibt es Hilfe von den Notenbanken und klassisch mit Zinssenkungen. Und das wird bei uns einen Niederschlag finden, sodass wir einen klassischen konjunkturellen Aufschwung bekommen. Und auch mithilfe der Chinesen, das sind auch mal ein paar andere Freunde. Wir schauen uns die Entwicklung der Frühindikatoren in China an. China hat ja eine Zeit lang mit Inflation zu kämpfen gehabt. Aber auch da hat dann die Abkühlung dazu geführt, dass sie wiederum Gas geben. 7,5% Wachstum gelten jetzt als einigermaßen sicher. Also eine sanfte Landung. Aber die Frühindikatoren könnten schon ein bisschen mehr werden. Also es ist tatsächlich so, in China haben wir Geld- und fiskalpolitische Freunde. Also die Zinssenkungen sind das eine in China. Aber China ist ein reiches Land. Die Leistungsbilanzüberschüsse, Haushaltsüberschüsse, die können sich das erlauben, auch noch Geld reinzupumpen. Und das wird die Weltkonjunktur mit antreiben und entsprechend auch in den nächsten Monaten zu einem Konjunkturaufschwung bei uns führen. Schauen wir uns die Szenarien jetzt genauer an. Die haben wir jetzt alle zusammengefasst. Und ihr Hauptszenario ist ja The Little Help of My Friends mit einer Wahrscheinlichkeit von 75%. Und wenn das so passiert, da haben wir ein paar Pfeile. Und was passiert dann? Also wir haben in diesem Jahr diesem Hauptszenario eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit gegeben mit 75%. Das heißt, das Wachstum wird im Laufe des Jahres weltweit an Dynamik gewinnen. Inflation ist kein Thema. Die deutschen Rentenkurse werden leicht fallen. Das heißt, die Zinsen bei uns steigen an. Aber da bei uns die Leitzinsen niedrig bleiben, wird das nicht ein signifikanter, nur ein geringer Anstieg sein. Die Bunds auf etwa 2%. Der Euro geht auf etwa 1,40. Und der DAX wird seine alten Rekordstände übersteigen. Wir erwarten mindestens 8200 Indexpunkte. Gut. Wenn Sie da recht hätten, das würde uns natürlich schon gut helfen. Sie haben ja im vorletzten Jahr mit der Prognose 6500, als keiner so richtig daran zu glauben wagte, genau richtig gelegen. So, jetzt geht es noch mal um Yesterday, also dem Szenario, wenn die Deflation anfängt zu wüten. Die haben Sie nicht so als wahrscheinlich eingestuft. Aber auszuschließen ist das ja alles nicht. Natürlich könnte es auch sein, dass das Vertrauen in der Welt schwindet, dass die Geldpolitik keine Wirkung hat, sowohl bei uns als auch in den Schwellenländern. Dann hätten wir eine rezessive Entwicklung. Wir hätten Minuszahlen in den USA, in der Eurozone, auch in Deutschland. Wir hätten Deflation. Das wäre für den Rentenmarkt gut. Die Kurse würden weiter steigen. Wir würden die 10-jährigen Bunds zurückgehen sehen auf etwa 1%. Der Euro geht sehr schwach auf Parität. Und der DAX fällt dann in Richtung 5000. Aber es gibt ja noch ein drittes Szenario. Wir gucken noch mal auf unsere schöne Szenarientafel, um das noch mal zu genießen. Auch da ist die Wahrscheinlichkeit ja nicht allzu hoch. Aber hier kam es der Sun. Wie wäre es denn damit? Also dieses Szenario ist eine Steigerungsform des Basisszenarios. Alles kommt etwas besser oder sogar viel besser als erwartet. Die positiven Kräfte verstärken sich gegenseitig. Das heißt, die Weltwirtschaft kommt in einen richtig großen Boom. Dann kommt natürlich auch Inflation. Das ist schlecht für die Rentenkurse. Die Zinsen würden stark ansteigen auf mindestens 3 bis 4%. Der Euro geht auf 1,60 und der DAX geht in Richtung 10.000. So, was bedeutet das jetzt für die Anleger, die sich auf 2013 vorbereiten und die sagen, also das Szenario 75%, das finden wir ganz überzeugend. Wie sollen die agieren? Das klingt so, als wenn man bei Aktien dabei sein müsste. Also in 2013 geht kein Weg an Aktien vorbei. Und man sollte auch europäische Aktien favorisieren. Gerade diejenigen, die in der Vergangenheit relativ gelitten hatten. Wir sind sehr, sehr vorsichtig bei Renten. Wir sehen natürlich bei den Krisenländern einen Rückgang der Renditen. Aber bei klassischen Anlagen, also bei Bunds und US-Treasuries, sehr große vorsichtig. Die Liquidität wird auch andere Vermögensklassen mit nach oben treiben. Also Gold hat noch ein bisschen Spielraum. Aber im Vergleich zu Aktien ist es definitiv ein Aktienjahr. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, meine Damen und Herren. Also das Szenario, das Hauptszenario mit 75%, das geht in Ordnung. Aber vielleicht, vielleicht kriegen wir ja doch diese 10%. Hier comes the sun. Die Börse ist ja immer für Überraschungen gut. Und naja, deswegen schließen wir auch diese Sendung mit Hier comes the sun. Hier comes the sun. Hier comes the sun. And I say, it's all right.